Er ist drin, gleich. Bitte nicht, was passiert hier? Ach, ist jemand schon beim letzten? Nö, ich bin beim Holz. Oh, Dicker. Auf zum Holz, geht's für Karl. Oh, bist du da? Ja. Ach, nee, ich bin beim letzten. Fortnites sind wieder gut, Chat. Vor Fortnites habe ich schon mal Angst. Freue ich schon ein bisschen. Freue ich mich ganz und spart ein bisschen. Ich warf alles, dieses verfickte Huren Notenholz, ne? Das ist so... Okay, ich spann alles an. Jetzt hör, lass mich durch Holz. Lass mich durch! Nein, das ist lächerlich! Kann das hier nicht. Die Schau geschafft ist. Die Schau geschafft ist nicht, weil ich da gar nicht hinkomme. Dieser Charme! Kann nicht wahr sein. Hand in Hand. Warte! 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 Och, Dicker, ich verdammter Noten. Mann! Hast du gesehen? Ja, ich würde einfach hochkauen, aber... Ich kann's nicht. Ich hab meinen Zauber verloren, Jungs. Ich hab seine abgesappelt. Mein Sack ist leer, Jungs. Kann nicht mehr. F***ing Sleeper, man! Ach! Ach! Okay, mein Karl, mach's mir vor! Mach's mir vor, mein Karl! Ach, Dicker, boah! Heilige Scheiße! Mein Karl, mein Karl! Mann, du hast mich gepägt, Benni! Wir haben noch einen Try, Jungs. Einen Try, letzter Try. Eli, ich glaub, die beiden sind. Ich Bastard! Nein, du hast mich aufgehalten! Mach jetzt, Eli! Ich mach's erst! Ich schaff die Schaukel jedes Mal, ne? Ich hab's, ich hab's, Eli! Ich auch! Eli hat den Spann! Ich nicht! Wir müssen, wir müssen, wir müssen! Eli hat den Spann! Ne, ist sauber, ist sauber. Er ist sauber, Digga! Man ist so nervös, wenn die Uhr da ist! Ich mach's noch! Fürs Team! Für die Moral! Der Karl! Der Karl, wird er fallen? Ich bin noch mehr gebrochen, wenn du's machst! Digga, der Karl ist noch drin, ich fand das nicht, Digga! Mann, wie machst du das denn? Der Karl, verneigt euch vor dem Karl! Das ist auch echt, Junge! Früher abspringen beim vorletzten... Beim vorletzten früher abspringen! Digga is dead! Direkt springen und hechten beim vorletzten! Ja, wir schaffen das, wir schaffen das! Ich komm' jedes Mal zu den Kreisen, jedes Mal! Und eigentlich oft auch zum Endgame! Chat, ich bin mal als erstes beim zweiten Checkpoint und krieg's nicht gebacken! Rollgeist, lol, warzone, Digga! Hier stehen noch verrückte Sachen drauf, ne? CSGO! Velo, back for back! Auch geil, dass es im grün eingekreuzzt ist! Ja, bei lolchat, da weiß ich gar nichts! Dann bin ich einfach klein und frei und lauf so wie so ein kleines Kind durch die Gegend! Dann guck' mir das an! Aber, äh, Miki, hast du überhaupt GTA installiert? Lacher, Mats! Also allgemein GTA? Warne schon, 418! Und wenn ihr nicht mal GTA hat, ist das Ding over, ne? 100 Gigabyte! Ich weiß nicht, was ihr für eine Leitung habt! Ah, mit Abwürfenrohr! Komm schon, Banane! See! Ach, Digga! Die Runde kann ich nicht mehr! I got shoulder! Wie weit man fällt, ist viel zu krass, Digga! Das war ein Test! Die Banane! Ey, Jungs, ich schaff' nicht mal'n Anfang, ne? Ah, das ist krass gerade! See! Die Banane! Sorry! Ficken! Hä? 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 Ach, du Scheiße! Die Runde ist, die Runde ist absolut verwirrtet! Da werd ich auch komplett loslassen! Hau! Jungs! Ich brauch' ich dir die Runde, okay? Oh, halt, ich brauch' dich hier! Ich bin beim Holz! Ehele, ich brauch' dich hier! Ich bin auch beim Holz! Micky! Karl, hörst du mich? Warst du mit mir? Brauch' du mich nicht! Ich brauch' dich! Kann ich auf dich zählen! Ach, du bist da! Okay! Ich bin da! Digga, also diese Runde, manchmal hast du einfach Pech! Manchmal ist es auch einfach so! Da fick' dich dieses Holz! Ach, Digga! Ich schworf' alles, Digga! Das ist manchmal so eine Bastard-Scheiße! Digga, wenn ich die... Könnte die Schaukeln, ne? Mach' ich dir jede Runde auf Lockern winnen! Sie ist so untreu, die Scheiße! Digga, diese liebe Schaukel, Bro! Ich will einfach nur in meinen Monitor straight... Einfach ne Gerade rein! Jungs! Jungs! Jungs, ich mach' jetzt! Mann! Ich schaff' nicht mal nen Hammer, Alter! Danny, ich komme! Oh, Digga, Scheiße! Mein Kohl! Mein Kohl! Ich schaff' diese scheiß Schaukel die ganze Zeit! Let's start, John! Aber was schaffst du denn nicht? Dann! Ich... Ich... Ich schaff' die Schaukel nicht, oder? Also, nicht die Schaukel, sondern diese... Diese... Diese Dinger da! Digga, deine Mutter! Oh, oh mein Gott! Oh mein Gott! Denny, ich brauch' dich? Diese Liebeskugel! Denny, ich brauch' dich! Denny, ich brauch' dich! Ach, Mann! Okay, okay, Ronald, okay! Ich brauch' dich doch nicht! Ich bin der Bastard! Letzter Sprung! Du Bastard, Ronald! Du bist ein Bastard, Digga! Digga! Oh, Kohl, mein... Okay! Hoffnung! Michi, wir beide! What? Nein! Ja! Die Mutter soll gefickt werden! Du Bastard Krugel! Ich hab's nicht! Ich hab's nicht! Oh, Digga! Nein, Jungs! Nein! Ich glaub' ich schaff's! Zur Ball! Gar nicht mehr! Nein, Jungs! Nein! Das ist nicht dein Ernst, Bro! Ach, mein Gott! Digga! Wieder eins von vier! Ist das krass! Ich hätt's zweimal packen können, Jungs! Oh, Digga! Ich auch! Ich auch! Scheris auch oben! Das ist hier aber nur eine Frage der Zeit! Das ist hier nur eine Frage der Zeit! Ach, Digga! Oh, mein Gott! Das bricht ja noch viel mehr, wenn man es schafft und die anderen nicht! Ja, Eli, es tut weh! Es tut weh! Aber Eli, ich bin stolz! Und wir beide machen das jetzt, okay? Danke! Jungs, bitte! Bei der Geige! Bei dieser Schaukel! Der ist... Ich hab den, ohne zu übertreiben, jetzt achtmal in Folge geschafft! Ihr müsst loslaufen, wenn das Ding von links nach rechts geht! Und ihr müsst relativ früh hechten! Er hat recht! Aber... Aber... Und springen? Wann springst du? Ich spring meistens... Schon früher, eigentlich! Ich hab keine Ahnung, wie ich's erklären soll! Bro, wenn ich die... Wenn ich die öfter habe, ist das... Ist das viel as fuck! Digga, bei mir kracht's halt am Ende! Diese Rutschdinger! Da choke ich! Boah, ich... Ja, ich manchmal auch! Aber eigentlich schau ich... Also... Problem ist die Kugel! Loslassen, Chat! Warum steht da überall neu? Ich hab vergessen, einzutragen, Bro! Ja, das ist das Problem, Chat! Es müssen zwei Leute schaffen! Nicht einer! Speedrun! Oh, Cole! Mein Cole! Der Cole ist da! Speedrun! Digga, ich spiel auch einen auf! Cole, geh vor! Digga, ich bin so ein Bastard! Ich bin so ein... Noten, wirklich! Das ist ein Hammerfuck! Das ist ein Hammerfuck! Aber... Also mit dem... Es ist random! Es ist grad random gewesen, Chat! Habt ihr das gesehen? Ich konnte da nichts für! Nee, bitte nicht! Nee, bitte nicht! Nee, bitte nicht! Okay, Jungs! Bei der Banane sieht's sehr gut aus! Hab weites für das Try geschafft! Besser wird's nicht! Mach jetzt nur den Rekord! Was? Mit dem Cole? So, ist der Cole! Ich bin mit dem zweiten Jungs! Digga, wie schnell schafft ihr denn immer das Holz? Ich hab die Taktik jetzt aufgewählt, wenn ich auch gerne... Ohhhh! Wie schafft ihr das Holz, Digga? Das ist doch 1G! Verfickte Scheiße! Oh mann, Digga... Was ist da gebrochen? Okay, ich bin beim Rot-Stink! Ich bin beim Rot-Stink! Alles anspannen! Stopped back-to-back! Oh mein Gott! Er ist krank! Fuck! Egal, ich hab ein paar Besucher! Mann! Ich treff jedes Mal dieses Kreisding! Eli, timest du das? Was denn? Nee, ich bin manchmal erst später einfach da bei dem Ding! Ich wurde back-to-back von der Axt getroffen! Oh mein Gott! Ist das whack, Mann! Wir haben noch ein Zeitwort! Wir können es schaffen! Wir können es schaffen! Ich mock nach Arschritze! Ich mock, ich mock, ich mock! Ja, 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 ja! Mein Entgegner ist für das Holz, Bro! Was soll ich denn machen? Was soll ich denn tun? Wie lange haben wir noch? Was soll ich denn tun? Was soll ich denn tun? Was soll ich denn tun? Oh mein Kau! Wo bist du mein Kau? Ich brauch doch mein Kau! Ich bin so ein hässlicher Scheiße! Ich bin so hässlich und stolz, Mann! Oh, mein Kau! Wo bist du nur mein Kau? Oh, ich hab zum ersten Mal den Schaukel verkackt! Aber das war auch noch knapp! Ach, Mann! Mann! Hey, Backstreetback! Die erste Axt, Jungs! Backstreetback! Wie timet man das, Eli? Ich weiß auch nicht... Bro, die erste... Scheiße, ist das... Digga, das ist... Gefühlt! Ich kann es selber nicht! Nein! Oh, der Karl! Es tut mir so leid, mein Kau! Ihr seid solche Bastarde! Nee, schafft es! Schafft es! Schafft es! Schafft es! Schafft es! Oh, mein Kau! Ey, ich wurde... Ey, Danny! Danny! Back! Free! Back! Bei der Axt! Die Axt! Ich falle tief! Was ist? Ich bin jedes Mal bei diesen drei letzten Kreisen am Ende! Das Holz! Oh, mein Kau! Was soll ich gegen das Holz so tun? Die sind entspannt, aber ich treffe immer diese Axt! Ja, wann du hechtest, Bro! Du brauchst Timing! Du brauchst Timing! Du brauchst Timing! Also erst springen und dann hechten und dann gucken! Dann waren sie wieder dritte! Äh, du kannst halt... Mit dem Hechtsprung kannst du einiges gut machen, weißt du? Aber guck mal, Jungs! Jungs! Wir hatten das, ne? Ich war bei dem Rutschding wieder! Ich hab beim Rutschding verkackt! Es war bei der letzten Stufe! Aber Jungs! Ich hab's gecored ungefähr! Eine von drei Runden hol ich's! Miki! Hast du GTA überhaupt? Nein! Also GTA installiert das Game! Jaja! Das hat 100 Gigabyte! Dann mach das doch mal im Hintergrund! Ich hab das doch! Ich hab das doch! Du hast GTA! Ja, Bro! Weißt du? Aber ich hab doch gestern was geschrieben wegen Teams-Fegt! Da hab ich schon guckt drauf! Hä? Ich könnte mir das Dings machen! Miki, da passiert nichts! Decker Rohr, hast du gelesen, was ich gestern geschrieben hab? Ja! Aber... Hä? Ja, richtig! Aber ich hab auch was dazu geschrieben! Okay! Dann lesen wir mal! Vega, Danny! Fette Dose! Ach, ich Bastard! Ja, mach du! Ich bin so ein Bastard! Ich bin so ein fetter Bastard! Und guck mal, wo ich lande, Digga! Ich mach aber noch Holz und mal first try, ne? Ich check mich mal um! Wie lang sind wir schon drin? Eine Stunde! Ich kann das nicht teilen mit dem Hammer! Ich kann das nicht! Ich kann das nicht teilen! Egal! Ich muss loslassen! Ich spiel mit Hamid! Ja, ja! Ich brech kurz meinen Challenge ab und dann spiel ich mit Hamid! Time Out! Vom Kopf! Ey, Jungs! Ich bin immer noch beim Spawn! Irgendwas mit dem! Ich bin immer noch beim Spawn, Jungs! Ich bin immer noch beim Spawn, Jungs! Ich bin immer noch der und beim Spawn, Jungs! Eine voller Schmerz! Eine voller Schmerz! Deine ist jetzt gleich leer! jetzt alles ja genau zu wie ich das mache oh mein kold ist bei mir mein kolder sind es alles gut mein kold ich bin so ein bastard ein bastard bin ich ok mein karl ja alex habe ich schon gepackt der gotti ich hatte vom holz gefickt 30 sekunden der die bitte der die bitte der karl der karl ist runter gefallen kann man auf den karl zählen ich hab dich doch ich hab dich doch der kohl 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 ihr seid solche macher ihr habt hier so einen aufgespielt ist das krank krank das ist wichtig das ist wichtig für die moral ich hab dir so einen arsch gerettet ich hab dir so einen arsch gerettet ich hab dir so einen arsch gerettet ihr seid solche macher let's go elie start bro ich geb dir auch jetzt ein teil des titels game of the year ein teil hast des sag ich macher abhaken den scheiß abhaken gg fett raffi bitte die schere hier mir mobbeide jungen sauber gut gespielt danny ich bin sehr stolz auf dich du hast dein kohl verdient aber auch hast du verdient Aber was wollt ihr, wo wollt ihr jetzt rein da? Wo wollt ihr jetzt rein? Noch ein paar Wins vor Geist oder nicht? Ich bin, ich bin für den Call. Können wir auch später auf ruhig machen. Ich bin für Warzone. Warzone? Ja, bist du. Ich bin für den Call Warzone. Also, ein Warzone abhaken wäre schon geisteskrank. Ein Warzone wäre echt stark. Vielleicht den zwei ein bisschen hinten raus, aber ein abhaken wäre geisteskrank. Wenn wir ein attackieren, wollen wir ein attackieren? Ein attackieren auf süß. Ja, krass. Micky hat RP nicht runtergeladen. Er hat keinen GTA oder so. Ich habe keinen 5M. Das ist nicht da. Das dauert ja. 5M geht schnell, Micky. Nein, Willi. 5M runterladen? Was ist los? Doch, ich bin doch auch drin in 5M. Willi, ich weiß doch, was du vorhast. Hebe die Schere. Ich habe deinen Plan schon lange durchschaut. Oh wow. Mach's schon, Mensch. Danny. Danny kracht jetzt. Guckt euch Danny an. Jungs. Jungs, es gibt hier ein technisches Problem. Ich habe eh mal aufgespielt, ja? Ich habe das gestern. Egal, was passiert. Illi anschnallen, ja, genau. Die Leute werden uns haten. Wenn wir zu schnell fertig sind, sind wir schon wieder Lacher. Lacher-Challenge. Und wenn wir zu spät fertig sind, sind wir auch Lacher. Weil wir zu scheiße sind. Das, mit diesen Gedanken müssen wir rein. Sie sitzen zu Hause. Und Willi hat den Stream offen. Und die Maulkleiste hängt ihm bis zum Boden. Das muss euch immer klar sein. Egal, was passiert. Die Leute werden blöd reden. Das muss euch klar sein. Also, ihr solltet vielleicht nicht Warzone spielen jetzt, Jungs. Danny, sprech es doch mal bitte aus. Ja, Danny soll es aber erstmal aussprechen. Danny muss es selber sagen. Er ist full mute. Warte, ich muss jetzt das Schlaueste. Warzone, aber Danny braucht noch ein 57. Gigabyte Update. 60 Gigabyte Update, mein Bruder. Wer? Du, mein Bruder. The call. Die Jungs, was sagt ihr zu Warzone? Ja. Warzone fickt uns halt, ne? Ja. Ist ein guter Vorschlag. Was ist mit GTA? Was ist mit GTA? Miki hat kein 5M, der Idiot. Mann, Digga, dann soll er sich die Scheiße runterladen. Ja, er kümmert sich nicht mal da drum. Er denkt, er wird gehackt, wenn er Teamspeak hat. Ja, aber er muss sich erstmal GTA eh runterladen. Ohne GTA können wir ja nichts machen. Er hat GTA, er hat kein 5M und so im Kopf. Was ist 5M? 5M ist das, was ich installiert habe, damit man auf dem Server spielen kann. Was ist mit LOL? Mhm. LOL ist der... Warzone ist, Digga, das gibt's... Warzone ist geil. Ich sag, Warzone ist Hammer. Ich sag, Warzone ist... Ja, auch eine kleine Pause einlegen für Warzone. Ich sag, Den... Eli. Überleg, also wenn wir jetzt... Wenn wir jetzt ein Warzone-Win abhaken, kann sein... Wir werden, keine Ahnung... Ich sag dir, wir sind richtig krass in der Zeit, Digga. Wir sind in 7 Stunden, haben wir Reapers-Map und verfickte Velo. Das haben wir einkalkuliert, dass wir dafür 14 Stunden brauchen. Wir haben die Hälfte gebraucht. Wir spielen einen auf. Was ist mit Only Up? Was sagt ihr zu Only Up? Ja, Only Up gibt's auch noch. Wie viele Wins müssen wir holen in Only Up? Drei. Danny, wie viele Travalldosen? Drei, Jungs. Aber ich hätte da einen Vorschlag vielleicht auch. Auch mal eine Nashi-Bombe zum Runterspringen annehmen da. Ja, Nashi-Bombe für Runterspringen mach ich. Nervenzusammenbruch, Mox, bitte 1 von 10 machen. Einer war schon da. Ich hab immer noch... Ich hab den ja einen Flug, ihr Wichser. What? Bei mir schreiben alle im Chat, du hast vorhin Eli beleidigt und er hat grad den Fallgeist abgeliefert. Jungs. Das ist scheiße. Jungs, meine Schere ist oben. Hab eben bei mir aufgespielt. Ich hab's gestern eigentlich gecheckt. 56 GB Download noch bei Warzone. Sonskracht. Ey, Warzone! Was? 56 GB Download. Ja, gut. Wie lange dauert es? Ja, ich denk mal so eine gute halbe Stunde. Ja, aber halbe Stunde geht. Wir können ja ein anderes Game machen. Was haltet ihr von Only Up? So auf locker, bisschen chain, bisschen absaften? Ich bin für Only Up oder Warzone. Lass du Only Up machen. Ich bin auch für Only Up oder Warzone. Only Up brauche ich auch nicht. Ich hab bisher beiden Games dann aufgespielt. Ich kann auch nicht das Spiel. Noch nie gespielt. Digga, ich sag auch, ich hab bei beiden bisher aufgespielt. Bei den zwei Runden, bei den Back-to-Back, wo vier Wins geholt worden sind, war ich zweimal weit oben dabei. Habt ihr eigentlich überhaupt alle Rocket League runtergeladen? Und die hab ich im Ring geholt. Rocket League hab ich, ja. Digga, ich hab alles runtergeladen. Ich hab mich extra vorher hingesetzt und das Einzige, was ich nicht hab, ist dieses Murmelspiel. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich eigentlich auch gestern. Es ist verwertet, Digga. Ich schwöre. Warum auf einmal hier ein dickes Update? Es ist so ein Bastard-Game, Mann. Gibt's ein dickes Update? Sag ich, warte mal. Warte mal, gibt's ein Update? Ich hab einfach heute ein Update gezündet im Warzone. Check doch mal aus, Jungs. Guck dir mal nach. Ich hab gestern nicht ein Update gemacht. Wenn hier steht, spielen, dann ist es schon fertig, oder? Ja. Ja, ja. Ja, ich hab auch. GTA Raub. Micky hat GTA nicht runtergeladen. Danny hat gerade Warser nicht runtergeladen. So. Only up rein, sag ich. Only up. Okay. Only up. Says Kanal hier rein. Ohne Sane würden wir hier nämlich mit dem fünften Mann immer Stress haben. Der Mann ist bei Dings da am Start, bei LOL und bei CS. Ja, ja, ich bin nicht da. Wirklich schwere Hoch. Nein, nein, nein. Wir könnten auch Willi fliegenden Wechsel machen. Nein, nein. Ich und er. Nein, nein, nein. Wolltest du mit uns CS großspielen, Willi? Ja, Salamu Aleykum. LOL habe ich auch vielleicht Bock, mein Bruder. Ich bin zwar ein paar Tage obdachlos, aber wenn du mich brauchst, bin ich immer für dich da. Wann war ich noch nicht da? Mhm. 5FM dauert zwei Minuten. Ja, Miki ist der Wirt. Miki denkt, er wird gehackt, wenn er unseren Teamspeak joint. Gut, gehen wir später ins Pro Club rein. Also ich mache jetzt schon mal Oni, hab ich gehe rein. Ja, ich werde auf jeden Fall in Pro Club kommen. Ich werde jetzt im Grund kommen. Muss ich irgendwas machen, Chat, oder muss ich was runterladen? Ist Salen der Bruder von Danny? Ja, die sind Brüder. Kampagne deinstallieren. Hä? Es gibt jetzt... Warzone, Battle Royale. Oni ab brauchen wir drei Wins. Das heißt, drei Leute müssen win-win. Kann Miki Oni ab? Ich mache dir hier einen Win-Safe in einer Stunde bei Oni ab. So, ich habe schon losgelegt, ne? Achso, ja, was ist denn mit den anderen? Die müssen das halt auch spielen. Ja, der ist kacken. Wer? Ein erforderlicher Netzwerksdienst ist gescheitert. Hä? Ihr könnt nur den Bankkopf machen, wenn genug Polizisten online sind. Und fünf Uhr morgens ist keiner online. Naja, Bandi ist da. Du bist da, ne? Bis tief in die Nacht. Office hat... Mein Bruder, ich habe auch eine... eine Switch, wenn ich dann pennen gehe. Du bist da, ne? Bis tief in die Nacht. So, ich lege los. Ich gehe auch in Oni ab. Fünf, wir brauchen... Wie viele Wins brauchen wir? Versucht den Glitch ohne Glitch-Chat. Update, Update-Game. Es wurde geupdatet, Oni ab. Ja, aber 40 MB. Ja, bei mir geht nichts. Hast du über Steam geöffnet? Ja. Ho, meinst, wird Verheirat von Oni abbrennen. Ist der in den Full Mute? Es ist sehr schwer, eine Wahl zu machen, wenn du nicht weißt, wo es sein soll. Ich bin direkt runter, hier oben. Oh, es gibt neue Musik, wenn man runterfliegt. So, Digga, warum dauert es so lange? Edi, du bist heiß. Danke, Bro. Mann, Digga, ey, Jungs. So, bin wieder da. Wir sind in Oni ab. Mhm. Hat Danny das schon gemacht? Jungs, mit oder ohne Glitch? Was für ein Glitch? Es gibt so ein Glitch, wo du am Spawn irgendwo eine Rolle machst und dann fliegst du komplett hoch in 30 Sekunden. Ähm. Nein, das macht schon mal so. Hast du, äh, Miki, hast du GTA runtergeladen, ja, ne? GTA, aber 5M und das alles nicht. Mann, Miki, warum bist du so der Bird? Aber das musst du machen, Bro. Das können wir das ja nicht schaffen. Du musst dich darum kümmern. Hallo? Ja. Kümmerst du dich darum? Ja, aber wir müssen das ja jetzt nicht mal jetzt machen. Das können wir ja auch später machen. Nein, aber du kannst es doch parallel machen. Ne, das geht, glaube ich, nicht. Dann musst du mal neu starten und so, oder? Nein. Ich habe es bei Eli auch schon gemacht. Dann musst du nicht neu starten. Okay, Jungs. Ich muss auch immer noch das Spiel drücken, oder? Ja. Hast du das schon mal gespielt, Danny? Noch nicht eine Runde. Ja, dann wirst du loslassen. Oh, Gott. Miki, kannst du das? Ich habe es, glaube ich, wie oft habe ich es geschafft, Chat, einmal? Habt ihr schon angefangen? Ja. Wo bist du, Eli? Wie viele Wins haben wir only up? Drei. Oh, okay. Eigentlich jeder von uns ein. Aber ich kann das Game. Ich glaube, Danny muss loslassen jetzt. Ja, Danny muss es schon. Jetzt in den Hände. Lackt auch ein bisschen wie beim Download. Ein Timer hier. Hier läuft ein Timer hoch. Mitten in der Nacht ist Quatsch. Ja, das ist true. Mitten in der Nacht GTA? Da gibt es ja keine Leute mehr, meinte mein Chat. So richtig. Es gibt immer Leute. Also ich sage so bis... Es ist halt viel geiler, wenn mehr Leute da sind, weißt du? Es soll ja auch kein einfacher Raub sein. Zum Beispiel, man kann abends so um 2, 3 Uhr auch einen Raub machen. Aber dann ist es halt so verkrackt, weil es so easy ist. Ja, aber können wir doch auch noch morgen machen. Wo ist denn da die Schwierigkeit? Und doch jetzt die Energie für die schweren Games. Ja. Jungs, wo ist der Fahrstuhl? Ist irgendwo ein Fahrstuhl. Und ich finde es ja auch gut. Willi kann ja auch mal bis morgen warten. Er hat aber bestimmt alles eingestellt und, und, und. Aber bis morgen warten, ja. Genau. Jungs, ich habe hier einen Vorschlag. Ihr seid ja gut in der Zeit. Ich finde Only Up, finde ich Rohat und Eli wirklich zu stark auch, muss ich sagen. Vielleicht ein alte 4 Helmut reinpacken, Micky. Du kannst das. Da würde er alleine spielen zählen. Das macht echt viel Sinn, Jungs. Ja, das macht echt viel Sinn, Jungs. Wir haben ja schon mal, also, Micky hat es ja schon mal geschafft. Wir haben schon mal normal alte 4 reingepackt. Da habe ich vier Wins geholt. Von fünf. Ja, ich sage, ich habe das noch nie gespielt, Digga. Ich würde, was das angeht, würde ich sogar, anstatt alte 4 Helmut, würde ich so eher Denys Volker als mal reinpacken. Digga, ich finde den ersten Fahrstuhl nicht. Ich gebe auf. Wo ist der Fahrstuhl? Hinten. 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 War das hier? So, ich mache jetzt einen Speedrun und spiele. War das hier, Chef? Ich nehme bei Chef Strobel seinen Schummelrekord. F***ing Sleeper, man. You have weak to kill. Seems good. Ach, Schatz, auf. Ich, mich. Aber ich komme nicht auf die Bleibe, Schatz, auf. Ja, ich kann es denn. Die haben hier ein, zwei Sachen geändert. Ja. Links über den Balken. Hä? Ach, Digga, scheiß drauf. Ich gehe jetzt auf dieses Ding da rauf und dann nenne ich bis in den Chat. Ja, ich mache es so. Scheiß drauf. So. Ich stopfe das bisschen ab. So. Oh, ich bin hier echt ruhig, sage ich. Chef Schummel. Oh, mein Bruder. Ja? Ich sage dir ehrlich. RP in Nacht. Bruder, du bist doch aus der RP-Szene. Wie leicht, wie unterschiedlich ist ein Raubüberfall in der Nacht und tagsüber, wenn alle da sind? Ja, ist doch so. Aber ich call's doch, Digga. Ich hab's doch 10.000 Mal gecallt. Ja, ich sag nur. Ich soll euch denn machen, wenn Miki das nicht installiert. Ich kann nicht die Hose fangen. Ich sag nur, hat einen ganz anderen Stellenwert. Danny, gut machst du das. Retalk. Ich seh's zum ersten Mal. Ich hab den Fahrstuhl gefunden. Bin da. Hey, oh no. Ach so, hast du's gepackt, Willi? Ja, ja. Ich hab's durchgezogen. Hast du die Reaper-Sack geslockt? Äh, nee, hab ich noch nicht geschafft. Aber ich war ja... Deinem ab, Willi. Ich war die ganze... Wenn du ein Mürbe bist. Ich weiß, ich bin, Danny, ich bin voll im Umzug. Also, ich hab... Ja, dann zieh erstmal um. Geh erstmal um, wo aber... Ja, und dann, genau. Dann... Dann... Dann sehe ich mich. Ich sag offen und ehrlich, Danny, weil ihr gerade absolute Ficker seid und eh ein bisschen schummelt. Was? Ähm... Ich sag, deine Map auch noch rein. Ja, aber... Ich hab's doch gerade eben gesagt. Danny, sie werden haten, wenn wir früh genug fertig sind und sie werden haten, wenn wir nicht mehr brauchen. Egal, was wir machen, sie werden uns haten. Digga, das ist ja super! Das ist ja geil, das kann ich schwer! Wir spielen so gut, Digga. Hat Willi schon mal die Reapers-Map geschafft? Nee. Nee. Du lachst hier rum. Dann machst du's immer. Ja, auch so. Ich hab doch gerade... Hast du schon mal auch nie abgeschafft? Ja, ich war doch... Ich hab doch gerade mit Danny gesagt, dass... Lass mein Meld in Ruhr. Hä? Lass mein Meld in Ruhr. Danny, sagst du ihm bitte, was ich dir gerade gesagt habe? Ah, er hat uns gelo... Obwohl er gesagt hat, wir schummeln so. Er ist, er wird, er ist die Wurzel. Nein, Rohat, sag bitte, was ich gerade gesagt habe. Ich hab mich für dich eingesetzt, Willi. Ich weiß, und Rohat sagt, was ich gerade gesagt habe. Gut, so Schade. Hab ich irgendwas Negatives gesagt? Oder hab ich gesagt, GTRP in der Nacht ist schwachsinnig, wegen der Polizei? Nee, aber ist gut. Nichts Falsches gesagt, außer das mit dem Schummeln. Ja, das ist ja Schummeln. War hier nicht irgendwo das Bett? Ach, Digga, ich weiß nicht mehr, wo die ganzen Betten... Ey, haben sie die Drohne entfernt? Das sieht mal so entspannt aus, ne? Ey, die haben ein, zwei Sachen geändert, glaub ich. War ein 10 MB Update. Wo ist denn das nächste Bett, Chat? Das ist super schwer, Mann. Haben die Map geändert? Och, nee, Digga. Wie, Map geändert? Was soll denn? Die haben ein paar Sachen gefixt, also so krassen Bugs. Anime Girl weg und so weiter. Achso, diese Frau, die da oben auf der D-Stelle ist. Die Dings war. Ich glaube, ich habe gekackt, ne? Hier ist, glaube ich, irgendwo das Bett gewesen, rechts. Ist ja super schwer, Mann, in den Rohren zu gehen. Das ist ja richtig schwer. Ja, sieht es einfach aus. Ach, die Tos einfach aus. Du kannst aber springen, Danny. Du kannst drüber springen und dann lernt, dass das bang. Ich gehe aber nur in Slow-Mo, glaube ich. Du kannst, die haben noch 25% geändert. Ja, ja. Mit 10 MB Update. Ah, ich habe verkackt, die abgenutzt am Scheißdorf. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich brauche euch, die Jungs. Ich kann nicht überall abliefern, ja. Danny, Rohrath und Eli werden das machen. Eli kann das richtig gut. Und Rohrath ist keck. Danny, hier musst du auch loslassen. Spiel für den Spaß ein bisschen, erkunde die Map. Aber das haben die Jungs, das müssen die Jungs machen. Aber ich bin Performer-Sane. Ja, ich fühle mich auch ehrgeizig bleiben. Aber erkunde einfach. Wie sieht es bei euch aus? Gut. Bin sehr gut dabei. Er ist nicht gesprungen, der Bastard. Ja, lass ihn jetzt durch hier. Hier, wo bist du? Oder? Ich bin K, wie ich es erklären soll. Hier waren diese mehrere Betten. Ah, okay. Warte mal. Hier kann man... Muss ich den Weg gehen mit den Rohren? Das ist viel zu schwer mit den Rohren. Das ist schwer. Da, ich rein. Eine Mische? Nee, nee. Wenn ich Licht sehe, hau ich mir eine Mische rein. Und zwar direkt 3-4 zum Nachholen. Muss ich schießen? Das Spiel ja ein Aufraut. Ich auch. Eli, auch Eli sehr schön performt eben. Also. Ja. Ich bin vor 11 Jungs, ich kann hier nichts tun. Wir sind hier die Ende geboten. Ich muss hier den Zopf aufschneiden. Aber ist Micky schon drinne? Ist Micky im Game? Micky? Wäre so hart, wenn nicht. Ich bin gut dabei, Chat. Ich bin gleich beim Super-Duper-Bett. Ja, ist ja. Danke, ja gut. Boah, ich hoffe, die kamen keine Betten entfernt oder so. Was machen die Betten des Checkpoints? Nee, die Betten katapultieren so hoch. Nee, abgehört doch mal. Die war auch im Bett, ne? Zay, hast du schon gespielt? Auf der Gier, sage ich. Ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Ist so empfindlich auch, das Game. Ja, dann sieht es doch einfach aus. Nein, Bastard. Ach du Scheiße. Ich habe reingehört. Wie gehört? Gänst ab. Ah, das ist so schlimm. Wo bin ich denn? Ah, das war Topf, der Gier. Fucking Sleeper, man. Eli, runtergefallen. Ja, aber nicht, bedeutet nicht viel. Nicht viel, bro. Jetzt viel. Gib sie. Digga! Ah, jetzt ist sauber. Jetzt muss ich mich loslassen. Zwei Mal runtergefahren. Wobei, ich bin immer noch nicht so weit weg. Fünf Minuten. Was klingt, Digga? Na, oben nehme ich nicht. Die ganzen Abküsse. Ach, Mann. Das ist eine geisteskranke Scheiße hier, ne? Porzeln-Spiel. Na. Ich wollte mir das sagen, wenn wir noch mal tun, ob ich Basta hatten. Dann muss ich auch mal ablasten. Ja, ich sag. Hallo! Digga, warum backst du hier rum? Mit Tempo, ja. Ebi, Matteo, Kuss, MMX. Brauchen wir jetzt noch mal euren Support-Chat. Oh, ne, mich. Oh, richtig. Digga, was ist das eigentlich mit der Maus auch? So, warte mal. Kann ehrlich sein, gerade Speedrun-Chat, ne? Was ist der Rekord? 35? Hier ist gut, Schöner. Ne, mein erster, 45. Oh, ganz kurz. Was machst du da bitte? Durchspielen, Bro. Digga. Das ist so viel Tempo. Gutes Tempo, ne? Ich sag mir, nur unter 35 Schatz kriegst du eine Zehnanachschieds von mir. Nein. Nein, er will ich schlappen. Ich riskiere das nicht. Er will sich schlappen. 40, 40. Oh, ansofortrohr, riskier. Was, 40? 40 muss ich Drachen nehmen. Schwer. Alles oder nix. Also, Slow-Mo hilft schon ein bisschen, ne? Slow-Mo? Am Anfang, ja. Die Hose ist das schwerste für mich jetzt schon. Und? Am Anfang. Wo soll ich denn hier jetzt? Hinten? Chat. Oh, die haben das hier geändert. Gar nix. Die haben ein bisschen was geändert hier. Was, springen? Wie, mit Sprinten? Ja, ihr Bastard, der Chat. Obwohl, also... Digga, wie hast du das gerade mit dem Sprung gemacht, Roat? Das sind die Shortcuts. Ja, aber wie bist du von diesem einen Bett direkt da, also so rübergekommen? Also, warum bist du so weit geflogen? Äh, weil ich in der Luft gesprintet bin. Ach so, und das bringt auch noch was? Ja, wenn du draufkommst und währenddessen sprintest und in der Luft sprintest, dann bist du schneller. Oh, krass. Ach. Ich kann auch den Sprung, aber ich wusste das mit den Sprinten nicht. Taff, okay. Okay, taff. Gebe ich dir. Na, scheiß doch schon. Warum? Warum die Gier? Warum die Gier? Ja, man braucht doch keine Gier. Hä? Hä? Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. Ja. Ja, ich kann Musik gleich lauter machen. Fucking sleeper, man. Oh, mein Arm, Digga. Mein Armstift, der Schein. Okay, im Kleiner. Ich glaube, ich habe vergessen, die Kettel an zu Hause. Ich muss zurück. Ach, guck mal, hier gibt es keine Treppen mehr. Das haben sie zum Beispiel geändert. Chat, by the way, unterm Stream könnt ihr was gewinnen. Von AMD selber. Checkt das mal ab, wenn ihr euch eintragen wollt. Für diese Win-Challenge extra könnt ihr was gewinnen. Schaut mal unten beim Pendeln nach. Und umso mehr ihr euch, wenn ihr euch zum Beispiel mit Instagram und so verbindet, umso mehr, wenn ihr euch mit Accounts verbindet, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen dann. Also, W-A-M-D. Jetzt konzentrieren. Ja, hm. So, gleich durch hier. Wo bist denn du? Äh, bei Jesus. So, das ist hier, ist eine Wirtsstelle. Nicht für den Gotti. Nee, ich für den Gotti. 2.000 Auswärts-Fans. Ja, ich weiß nicht, wie viele, ich weiß gar nicht, wie viele Tickets verkauft worden sind. Aber ein paar tausend auf jeden Fall. Ich glaube, da passen 6.000 rein oder so. 6, 7k. Robert, kommst du? Delay Sports gegen Hartstack? Wo ist das denn, Hamburg? Es. Ich wäre wiederum. Ja, nee, ich wäre wiederum, weil du so weit weg wie uns. Ich guck mal, mal gucken. Ja, mal gucken. Darf ich irgendwo mitspielen? Deine Bros. Bei uns auf jeden Fall nicht. Nicht würd ich. Nicht würd ich. So, gibt's hier irgendwo ein Bad-Chat? Nee, ne? Vielleicht gibt's wahrscheinlich irgendwelche Crack-Bads. Los Gellabibus, Kuss. Da, den Link, den Marlon schickt. Da könnt ihr euch Ticket zahlen. Ticket-Link rein, Chat. Vielleicht bin ich auch da. Ticket-Link. Ticket-Link. Oh mein Gott. Ich mach hier gerade ein Hösch-Tempo. An der Brust, Alter. Auch sehr gut dabei. Also jetzt no cap. Neu, hier kracht's manchmal. Jetzt die Schulter an. Gut, so schön anlassen. Schön, dass die auffällt, Bro. Hier bin ich auch schon auf runtergefallen. Was wird runtergeplumpst? So, jetzt gibt's hier ein paar dicke Abkürzungen. Lol. Die haben das geändert. Die haben die Map einfacher gemacht. Wie ist denn das Uzi-Album? Robert, wie ist das Uzi-Album? Fünf Songs gut. Rest, Trash, Saga. Ist einfach, ist zu viel. Ist so Metal, irgendwie so Metal gemixt. Er hat irgendwie versucht, so einen neuen Sound zu machen. Aber ist nicht meins. In dem Bus? Man kann mit dem Bus fahren? Da bist du erst so, Wichser? Ich bin zweimal runtergefallen. Es wird sich eh nix ändern, Digga. Lieber jetzt vernünftig zu Ende spielen, weil Micky... Micky wird's auch schaffen. Warte mal, wo war? Ich hab halt diese ganzen... Wo ist denn nochmal dieses Superbett gewesen? Da hinten. Hä, die haben die Map einfacher gemacht. To all the foolishness, happiness from madness. Uzi-Album so gut, schreibt Sidney. Mann, Sidney, ja. Sidney sagt auch live so gut wie Hall of the Red. Das ist respektlos. Okay, jetzt kommt ein Wirtsprung, den ich noch nicht kenne. Der ist neu anscheinend. Weil diese Frau da weg ist. Ich weiß nicht, ob sie hier... Ich weiß nicht, ob sie hier... Da ist... Wir haben das hier geändert anscheinend. Boah! Digga, ich bin noch so frisch, ne? Es ist unglaublich. Wir sind so gut in der Zeit. Digga, war nur für mich. Das wurde leichter gemacht, ne? Ne, das jetzt, da wo ich draufgesprungen wurde, das ist schwieriger geworden. Aber vorher, das... Ja, lass die Frau weg. Aber ich mein, ich mein, bei dem Ring. Bei dem Ring wurde leichter gemacht, ja. Ja, ne? Was wurde leichter gemacht? Also einige Sachen sind leichter geworden und eine Sache sind schwieriger geworden. Hast du den Shortcut genutzt, da zu der, zu der Dame da? Ja, ja. Es gibt keine Dame mehr. Gibt nicht, wenn die es weg. Guck mal, das ist jetzt viel schwieriger geworden. Wie, die gibt's nicht mehr? Die gibt's nicht mehr, die Dame? Ja, du musst auch schon nicht mehr da, aber du kannst auch... Es ist, glaube ich, leichter jetzt auf so'n... Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Aber die Abkürzung ist immer noch da? Das Bett? Ja, ja, ja. Die Abkürzung ist noch da. Mann, Digga, das... Mann, Digga, das war jetzt hier locker. Mann, Digga, das müsst ihr drei machen. Das ist auch schön. Ich brauche auch nur drei. Ja, ich weiß, deswegen. Danny, lässt du los. Danny, losgelassen? Ja, er ist unten bei dem braunen Rohr. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, aber jetzt, ich sag, Elin, guten Run. Du bist genau auf der gleichen Höhe wie Mickey. Rohr hat's gleich durch. Rohr, du kannst dir danach ein bisschen mit einem Pimmel rumspielen. Das ist die Lösung. Geht's hier links, ne? Darf einer mehrfach oder müssten drei verschiedene? Ist egal. Drei Stück, glaube ich. Ja, Rohr, auch mal langsam machen da jetzt. Oh, hier wird einer aufgespielt. Eli, du wachst doch aber mal in Alte 4 auch drin, oder nicht? Ja, aber nicht in Helmut. Wir können dieses normale Alte 4 machen, aber es ist zu einfach für Rohr. Ich war noch nie in Helmut. Ja, also fühle ich, aber würdest du da generell mal reinschnuppern in Helmut? Ja, aber jetzt nicht, ich wär's mal hier alles reinschnuppern. Ja, ja, nee, 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 das ist klar, das ist klar, aber generell musst du mal reinschnuppern. Ja, aber nicht. Da musst du mal brechen. Dann kann man auch Game of the year mal vertreten. Ja, ja, ich hab immer den Druck bei allen, spielt die ganzen Spiele, schaff die ganzen Spiele. Sieg ist geil geworden. Die Leute wollen immer mehr, immer mehr, immer mehr. Sie kriegen den Hals nicht voll. So sind die Menschen. Kriegen die wirklich, ja. Aber du hast den Anspruch auch an dich selber, oder nicht? Ja, natürlich, deswegen geh ich ja überall auch rein, oder? Ja, klar nicht. Ja, eben, deswegen sag ich ja. Überall bin ich am Spielen. Um zu verlieren. Jetzt ist noch zu früh, um die Gier zu spielen. Ja, richtige Bikini-Bottom-Musik. Ich könnte versuchen, den absoluten, boah, soll ich den Urwurzsprüngen probieren? Scheiß auch, spielen. Na, okay. Ich muss ihn probieren. Wo ist's? Oh, weiter geht's. Ja, es ist doch absolut verwirrtet. Muss man da mit Spring rein? Mit Sprint? Auf'n Gold aufs Bett, by the way. Auf'n Gold. Ah, ja, zwei, drei Minuten, sag ich. Nein! Oh! Ah, Micky fällt auch noch ein bisschen aufs Bett. Jetzt, hier. Gut. Hochziehen, ja, ich weiß. War nicht so einfach, Chat. Ich seh' nischt. Ich seh' nischt. Jungs, wie weit seid ihr? Ich brauch' euch hier. Kann nicht mehr. Nicht mehr so lange. Sport. Ja, ich bin durch. Über Watch-Party, nischt dich. Bin Macher. Ich bin eben bei dieser, bei dieser, wie heißt das? Ähm, Gondel, bei der Gondel, die mich gefahren hat, bin ich runtergefallen. Danny, du hast das. Wenn sie das fährt. Ich weiß, es gibt noch ein Bett, aber scheiß drauf. Danny, du hast das. Wie weit oben warst du schon, Danny? Bei der Gondel. Ich bin runtergefallen. Nischt dich, Macher, nein, bin ich nicht. Eli, einfach ruhig bleiben, oder was? Ja, du, bei der Gondel musst du eigentlich nur drinsetzen. Ja, ich dachte, da war so ne, so ne leere Fläche. Mega Danny, schon bei der Gondel, absoluter Macher. What the fuck, zum ersten Mal? Das Game sieht so einfach aus, der ist es aber gar nicht. Sage ich, Rohr, beim ersten Mal spielen, hast du vorgeschummelt mit Speedruns, ja, ne? Was? Was hab ich? Beim ersten Mal spielen. Hast du dir vorher Speedruns reingezogen? Ja. Oder bist du das? Also, wir haben uns alle diesen 1 Speedrun angeguckt. Oh, Kohl, mein Go. Alles Lacher. Ich hab das Game zum ersten Mal durchgespielt. Lacher. Ich hab dir 200 Zaps angeboten und du hinkst da mit Chef Strobel im Discord. Und ich hab die Saps bekommen. Oh, mein Gott, Lacher. Und ich hab die Saps bekommen. Oh, Kohl, mein Go. Ist das true, was der Chat geschrieben hat, Eli? Hast du ein Coaching gehabt dabei, oder was? Er hat mir ein paar Abkürzungen gesagt. Okay. Ja, genau so. Es ist ein Unterschied, als wenn der Chat euch die Abkürzungen sagt. MACH, SCHAUBETS! Das Einzige, was ich da respektiere, Eli, sind die Saps, die ihr bekommen hast. Oh, man. Ja, die sind auch wichtig. Dafür kann man dann auch mal schummeln. Boah! Mann, Jungs. Ich hab mir alle zugeguckt dabei, wie sie ging. Versuch mal ein bisschen, äh, Leertaste zu spammen, wenn du irgendwo runter willst. Hashtag, nicht von mein Gott hier rein, Saga. Oh nein, wenn wir in vier zugeschaut, Edi, vier zugeschaut, ich war fünfmal durch vor dir. Oh, nicht von meiner Ficklocke. So, warte mal. Muss man hier mit Sprint bei dem Gold? Nee, ne? Ich nehm auch Abkürzungen, aber nach unten, richtig. Ja, ich glaub, ich schwärzt in Ruhe an so'n Spiel, Digga. Aber du hast heute... Mein Cole, du darfst dich ausholen. Du bist ein Papa. Ja, muss ich auch, Bruder, muss ich. Du darfst dich ausholen, wirklich. Oh mein Gott. Bello, Vollgas war ich gut. Ach, Mann. Digga, was ist das? Oh, Chad, bei 20 Subs springe ich runter, okay? Mit Sprinten raus. Ja, nenni, so nehm ich. Auch mal annehmen die Angebote, naja. Und jetzt hier... Oh, Cole, mein Cole. Von Gold mit Sprinten. Das ist echt. Wollt ihr an die Angebote, wenn ihr nicht wollt, dass ich runterspringe, äh, dass ich runterfalle, mit 20 Subs. Und ich bin hier ganz kurz davor, es zu schaffen. Das sieht bei dir aus. Und nochmal den Scheiß. Oh, Cole, mein Cole. Ich bin hier die Gefahr. Für euch. Digga, das Game ist so verwirrtet. Wenn man, umso schneller man machen möchte, umso schlimmer wird's. Oh, Cole, mein Cole. Digga. Es fängt schon an, es setzt schon ein. Ja, Micky ist... Och, du Bastard! Wichtig, Cole, mein Cole. Ja, es ist so fein, mit diesem Spiel. Wichtig. Oh, Art und Eli, ganz schnell macht ihr das hier fertig und so gedacht. Ich will Danny unbedingt mit all den vier Helmut sehen. Digga, wenn Danny... Stell dir mal vor, alle von uns müssten einmal ziehen und Danny müsste das jetzt hier machen. Da wird so ein Krach und Pfeifen mit Kramaldose in den Toast. Das ist ja krass. Ja, der würde mich sofort auflegen. Da wäre sofort, call my call. Oh, movement? Oh. Hätten wir auch meine Forecast-Map reinmachen können. Einfach Dodge-Coin-Symbol. Also meine Forecast-Map, bessere Chance als das hier für uns alle. Das Ding schaffe ich niemals. Ja, oh, mein Cole. Auf jeden Fall nicht heute. I'm up here, all right. Oh, als Playlist. Oh, mach auch mal einen Krawalli-Mode rein, das. Wie spät ist es überhaupt? 21 Uhr. Was machen wir danach? Wenn es nicht jetzt springen. Warzone danach? Warzone danach? Warzone danach. Warzone sofort. Here we go. Ja, wenn es fertig ist, ja. Und die Gear-Chat? Ja, ich bin hier gleich durch. Bin hier gleich durch. Digga, ich komme hier nicht so weit. Verfickte Scheiße. Ah, Fickvater, Mann. Mann, wieso geht der Jump nicht? Wieso heißt es die Kluft? Was? Wieso heißt es die Kluft? Die Kluft der Jongleure. Weil die Kluft der Beschwörer eigentlich heißt. Nee, heißt Kluft der Jongleure. So, ich würde jetzt ab. Mal schummeln rein, Saga. Ich will den Jump wissen. Ich glaube, das wird jetzt schon. Alter. Anders geht es nicht. Man schafft es nicht. Ich glaube, lädt er es nicht. Ich gehe hier. Was drauf. Ich traue mich nicht. Ich will nicht da dreimal runterfallen. Ach, Digga, es lädt auch nicht. Bastard Scheiße. Ich bin der schwierigster Sprung aller Zeiten. Was für eine Zeit bin ich eigentlich gerade, Chad? Ich bin der schwierigster Sprung aller Zeiten.